Was ist denn jetzt passiert? Da ist Soma mal kurz abgeschmiert, sehr schön. Also was heißt abgeschmiert, beziehungsweise OBS hat mal kurz Verbindung verloren. Und das gerade bei der wichtigsten, gerade bei der krassen Stelle, ey. Aber zum Glück haben wir noch mitgehört. Sorry für die Störung, aber das war jetzt OBS. Die Verbindung verloren, kurz. Alles wäre gut, Stream läuft wieder. Okay. Wow. Okay. That's okay. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hier war doch noch... Hier sind nur noch ein paar Türen. Wie komme ich denn da rein? Ah. So komme ich da rein. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Oh Gott. Oh, ich weiß. Alles, von der Schnittsignal-Aplifizierung von Blackboxen, bis zu einem Dr. Ross-Kobatose-Kobatose in der Glas-Jar. Wir haben alle ein bisschen Angst. Tell mir das, es fühlt sich so, dass meine Kopfhörer sich um zu explodieren. Hypothetically speaking, Could we stop the WoW from mutating? It doesn't work like that. Even if there was a Sight Alpha? Hypothetically speaking, I guess we could try... Rally, are you recording this? Sorry. After we die, I... I just... Sorry. Okay. Okay. Ich will ja nichts sagen, aber er lief eine ganz beschissene oder miese Sache ab. Okay, hier geht's hoch. Das heißt, wir gucken erst mal da. Riesige Ebene hier. Halleluja. What makes you... Why would you ask that? I think Ross is trying to tell me something. About Sight Alpha? He wants me to go down to the Abyss and find it. Crazy, right? You've been down there. I just thought you could talk some sense into me. Rally, I'm not at liberty to... I can't talk about that. What? Da scheint wohl einiges abgegangen zu sein, ey. Halleluja. Kommt mir so ein bisschen vor wie ein Alien, nur ein bisschen, äh... unter Wasser. Und cooler. Alter Falter. Aber ich frage mich immer wieder, was dieses Viech da ist, wenn es mal auftaucht. Ist das hier, ähm... Dieser, äh, dieses Slender-esque-mäßige Viech. Hier ist wieder Heilung. Ich bis jetzt noch nicht wirklich benutzen... Zu benutzen bräuchte die Heilung hier. Weil noch ist alles wunderbar. Wir gucken aber jetzt alle Wände ab und alles Mögliche. Ja, wir wissen ja schon, dass wir ein Roboter sind. Beziehungsweise eine Art Roboter sind. Das haben wir schon in einem anderen, äh... In einer anderen Sequenz da im Klo gesehen, am Spiegel. Oh, hier werden Rattenversuche gemacht. Natürlich. Immer müssen diese Ratten dran glauben. Äh, es ist doch zumal... Auf der anderen Seite kann das aber echt gut sein. So. Gut. Hier scheint nichts Besonderes zu sein. Da ist das Viech schon wieder. Aber was will es von uns? Wir können da ja nicht rein, ne? Nein. Sie werden jetzt gescannt. Danke. Okay, der wollte alleine sein. Ist ja kein Problem. Ich meine, wenn man sich... Manche Leute schließen sich im Klo ein. Manche in der Dusche. Das, äh... Ist halt normal, ne? Alter, was werden hier für Versuche durchgeführt, bitte? Schaltkreis-Nachgaben. Früher Gereignis prüfen. Systemischer Schock. Suboptimal. Strukturriegel. Strukturriegel. Struktur-Gel. So. Das brauchen wir. Okay. Die neueste Technologie. Ratten mit... Gehirn. Gehirn. Okay, damit passiert nicht wirklich viel. Okay, das müssen wir jetzt irgendwo... Einsetzen. Ich lese jetzt nicht alles vor. Ich gucke mal, was ich jetzt brauche. Nicht wirklich, was... Dispensiergel. Spendiergel. Dispensiergel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. I came back to life. It's something like it. Cool. So, jetzt dürfte das dann doch... Geht nicht zu? Okay. Dürfte das ja funktionieren normalerweise, ne? Ja. Okay. So, das Strukturgehen haben wir auch. Und jetzt brauchen wir nur noch die Batterie. Achtung, bitte erschrecken. Jetzt kommt noch mal das Vieh. Jetzt kommt noch mal das Vieh. Und wir gehen nach oben. Und wir gehen nach oben. Und hier oben müssen ja die Batterien liegen, beziehungsweise der Akku, der Akku, den wir brauchen. Okay. Was? Was? Alter, wie viele Etagen, wie viele Räume gibt's denn, ey? Wir brauchen doch nur den Akku. Hier drin wird er wahrscheinlich nicht liegen. Oh, er lädt. Jetzt kommt irgendein... Oh! Ich hab das Gefühl, als wenn wir gleich irgendwo weg müssen. Aber ich hab nur das Gefühl. Energie-Pal S3, hochleistungsfähiger, wiederaufladbar, Lithium-Schwefel existiert, Akku. Den brauchen wir. Aber er ist hier leider nicht drin. Beziehungsweise muss es irgendwo anders sein. Okay, die Frage ist, was das Viech da vorne macht. Da steht nämlich einer. Und ich weiß nicht, was das macht, das Viech. Ist das ein neues Viech? Brennt das Viech gleich wieder mit Knack da auf uns drauf, oder was? Oder wie? Ich will's gar nicht wissen. Ich versuch mal was. Ich versuch mal was. Wir müssen da ran. Wir müssen da ran. Ich versuch mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ich glaube, sie macht was, was nicht gut ist. Wir gehen erst mal zur anderen Seite. So nach dem Motto, was ist denn hier? Okay. Oh, äh, Curry-Mix, MSO-Price. Ähm, ich hätte gerne nichts, ich bin weg. Okay, irgendwie müssen wir dieses Viech versuchen wegzujagen. The Climber kann't be operated from the Abyss, so there was a scheduled retrieval. The Climber returned with only a lifeless body of Alpha member, Johann Ross. No traces of the ARC team. Cameron, Eames, Lansky. All studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Dlenda Est. The WoW has been getting more aggressive, pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johann Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to want anything. And definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, unmarranted stress. And it seems to be getting worse. I could use some advice if you can get through. Dlenda Est. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds. And the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. That's to do with the WoW trying to free Ross somehow, for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. She says she's going down into the abyss to find Alpha. I can't bring myself to stop her. Oh. Da scheint wohl jemand abgetreten zu sein. Oh Gott. Okay, wir müssen dieses Vieh irgendwie wegkriegen. Aber wie? Steht's jetzt woanders? Komm doch her! Okay, die fängt an zu rennen, das ist ja wunderbar. Ich hole mal kurz Heilung. Okay, die fängt an zu rennen, das ist ja wunderbar. Wie kriege ich sie da jetzt weg? Okay. Okay, die fängt an zu rennen. Okay, die fängt an zu rennen. Okay, die fängt an zu rennen. Jetzt kommt die Frage, wie kriege ich sie weg hier? Ja, meine lieben Leute, wie ich es schaffe, sie oder was auch immer oder es irgendwie davon wegzukriegen, damit ich da an diese Batterien und so kann. Das sehen wir in der nächsten Folge von SOMA! Euch nur einen schönen Abend bis dahin. Ciao, ciao! SOMA!